Leute, ich habe eine weitere Parodie von Apex Legends gefunden, die ich so noch nicht gekannt habe. Von Neeps Gaming. Ich weiß nicht, ob es da weitere Folgen gibt. Der Nachteil, was heißt der Nachteil, kann man eigentlich nicht wirklich sagen. Über dieses 2 Minuten Comic Parodie Video wird die ganze Zeit erzählt zwischen Gibby, Pathfinder und Bloodhound. Die Konversation zwischen den dreien ist so geil, es ist halt alles auf Englisch, deswegen unterbreche ich da nicht viel. Wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, lohnt sich das Video auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig und es ist ebenfalls eine Parodie, die kurz nach Release von Apex Legends 2019 rauskam. Also Kings Canyon OG, Flugschiff. Guckt einfach selber. Ich finde es nicht schlecht. Ich gucke mal, ob ich von dem Typen, von dem Kollegen noch ein bisschen mehr finde. In seinen Playlists habe ich bis jetzt nichts weiter gefunden. Lasst euch mal überraschen, ob da noch mehr kommt. Ich bin mal gespannt, aber es wäre cool, wenn da noch ein bisschen was zu finden ist. Also viel Spaß jetzt bei dem Clip. Das ist so geil. Oh man, man kann das gut over, wenn man es nicht genau zu hören kann. Lock and load'em. Lock and load'em. Lock and load'em what? We don't have anything to lock and load. You know that, right? This is a Battle Royale game. We don't have weapons to start with. What? Battle Royale? Yeah. Ah, like Minecraft. No, like street urchins. We gotta land and we gotta find stuff. Street urchins? Is that a game? No. It's actually like real children that have to scrounge for stuff. That's what we have to be like. It's a horrible game. It's not a game. It's not a game. It's not a game. I'm going to get my money back. King Street. I'm sick. I'm sick. In this game. You're thinking of Fortnite. Oh no. I thought this was the one you can dance. That's the one my 9 year old likes. I was really trying to connect with them you know. Let's just say I haven't been the best father. Alright. Well I'm gonna go. What? Hey guys. We have to check it out. So what guys do I want to leave. I'll drive my money back. Thanks so much. I'm out. Ok. Thanks so much. Alright so much. Bye.